Willkommen im Sakimori-Labor des Universal Spirit. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir freuen uns auch dieses Mal auf Ihre weitere Unterstützung. In der 14. Sitzung beim letzten Mal diskutierten wir die spirituell-kritische Situation rund um die Erde während des dunklen Zeitalters Schlamme-Ära und das große Projekt Christi, sie zu reinigen, was zur Situation der zweiten Kreuzigung in der ätherischen Welt, führte. Dieses Mal möchten wir unsere Überprüfung der vielen spirituellen Erkenntnisse vertiefen, die dieses großartige Projekt der Kräfte Christi auf die Erde gebracht hat. Noch 53 Jahre vor George Wale Owens' Spirit-World-Kommunikation in England wurde in Frankreich Folgendes geschrieben. Verschiedene Vorfälle ereignen sich nacheinander. Sagen wir also nicht mehr, die Zeit ist nahe, sondern sagen wir es so. Das heißt, die Zeit ist gekommen. Wir sagen jedoch nicht, dass es zu Überschwemmungen, Erdbeben und Naturkatastrophen kommen wird. Die Erde war zu allen Zeiten teilweise in Erschütterung. Und es passiert immer noch. Dies sind Dinge, die aus der Struktur der Erde selbst resultieren. Und solche Dinge sind keine Zeichen der Zeit. Allerdings wird alles, was in den Evangelien prophezeit wird, in Erfüllung gehen. Nein, es wird tatsächlich verwirklicht. Du wirst es bald wissen. Sie dürfen diese Zeichen jedoch nicht oberflächlich interpretieren, sondern müssen ihre tiefe Bedeutung erfassen. Die gesamte Bibel spricht von der großen Wahrheit, aber sie ist mit Allegorien verschleiert. Deshalb haben die Kommentatoren bisher Fehler gemacht, indem sie sie wörtlich genommen haben. Sie hatten nicht den Schlüssel, um die wahre Bedeutung zu verstehen. Der Schlüssel liegt in den Entdeckungen der Wissenschaft und den Gesetzen der unsichtbaren Welt, die uns der Spiritualismus offenbart. Wenn man diesem neuen Wissen folgt, wird von nun an klar erklärt, was bisher schwer zu verstehen war. Deshalb steht nicht das Ende der materiellen Welt bevor, sondern das Ende des bisherigen Weges des Geistes. Vorurteile, Egoismus, Arroganz und Wahnsinn sterben aus. Überall ändern sich die Gedanken der Menschen. Das Böse ist überall zu sehen, aber die Menschen versuchen, das Böse zu heilen. Viele Menschen gehen jedoch ohne Kompass und verlieren sich in einer Welt der Gedankenlosigkeit. Die Welt befindet sich jetzt mitten in den Schmerzen einer Geburt. Dies wird noch weitere hundert Jahre so bleiben. Doch während es sich bei dem, was zuvor erwähnt wurde, um die Todeskämpfe der Vergangenheit handelte, sind dies die Schreie der Neugeborenen der Zukunft, die geboren werden. Es ist das erste Licht der Morgendämmerung, das das neue Jahrhundert erleben wird. Bald wird eine neue Generation voller Macht heranwachsen. So wie sich die Aspekte des 18. und 19. Jahrhunderts deutlich unterscheiden, so unterscheiden sich auch die Aspekte des 19. und 20. Jahrhunderts deutlich. Dieses Gespräch mit Geistern wurde von Ellen Kadek geschrieben. Laut dem Kommentar des Übersetzers dieses Buches, Herrn Jumei Asaoka, trat Kadek, der in Lyon, Frankreich, geboren wurde, im Alter von zehn Jahren in die Pestalozzi-Akademie in der Schweiz ein, wo er Chemie, Physik, Mathematik, Astronomie und Medizin studierte, Sprachen, Rhetorik usw. umfassend und wurde Doktor der Medizin und Pädagoge. Nach der Begegnung mit dem Spiritualismus im Jahr 1854 und der Veröffentlichung des Buches »Das Buch der Geister« im Jahr 1856 wurde seine Werkreihe zum Bestseller mit damals über vier Millionen Exemplaren in Europa. In seinen »Gesprächen mit Geistern«, die er Ende des 19. Jahrhunderts verfasste, sprach er auch davon, dass die Prophezeiungen in den Evangelien wahr werden und alles wahr werden wird. Es sollte das Ende des dunklen Zeitalters und die vorhergesehene Rückkehr Christi sein. Deshalb warteten zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur die theosophische Gesellschaft und die anthroposophische Gesellschaft, sondern auch die Welt auf die Wiederkunft Christi und das Erscheinen des Propheten Messias, der sie ankündigen würde. Von diesen Dingen wird auch in den spirituellen Lehren gesprochen, die von William Steinton Moses, einem Priester der Church of England, automatisch geschrieben wurden. Damals hieß es, Jesus Christus rufe Engel herbei, um die Ansammlung falscher Überzeugungen der Menschheit zu beseitigen und neue Offenbarungen voranzutreiben, und er sprach wie folgt. Frage Ich habe ähnliche Geschichten in anderen spirituellen Welten gehört. Ist dies das zweite Kommen Christi? Antwort Das zweite Kommen Christi ist eine geistliche Rückkehr. Es ist keine Wiedergeburt im Fleisch, wie die Menschen träumen. Es ist eine Rückkehr in dem Sinne, dass man zu denen spricht, die durch die Mission Ohren haben, um zu hören. Jesus selbst hätte gesagt. Wer Ohren hat zu hören, soll hören. Wer annehmen kann, soll annehmen. Matthäus 11 bis 15, 19 bis 12. Frage Werden diese Mitteilungen vielen Menschen zugänglich gemacht? Antwort Ja Gott verstärkt in dieser Zeit besonders seinen Einfluss und zeigt ihn vielen Menschen, aber mehr werde ich jetzt nicht sagen. Möge Gottes Segen sein. Imperator Als nächstes wird in den spirituellen Lehren von Silver Birch oft erwähnt, dass es sich bei dieser Kommunikation um eine groß angelegte Aktivität handelt, die sich auf Jesus Christus konzentriert. Die Zahl der Menschen, die anfangen, auf das zu achten, was wir tun, nimmt zu. Ein riesiger Plan wurde vorbereitet und ein Teil davon wurde uns übertragen. Es wird Schwierigkeiten geben, die wir überwinden müssen. Es wird Hindernisse geben, die beseitigt werden müssen. Aber wir, die siegreiche Armee, rücken unaufhaltsam vor. Die Kräfte, die uns schon lange unterdrücken, können uns jetzt nicht mehr unterdrücken. Die Kräfte, die sich uns jahrhundertelang widersetzt haben, um ehrlich zu sein, Materialisten und Theologen, die in der Theologie feststecken, ziehen sich alle zurück. In ihnen entsteht Verwirrung, und die Zahl der Gläubigen nimmt mit der Zeit ab. Im Gegensatz dazu verstärken wir unsere Kräfte zunehmend. Denn die Wahrheit, Gottes Wahrheit, die ewige Wahrheit ist auf unserer Seite. In einer damit ausgetragenen Schlacht gibt es nie eine Niederlage. Auch hier zeigt sich, wie bei Steiner und George Valleon, ein Kampf gegen den Materialismus und die alte Theologie. Frage Ich habe viele Beispiele von Plänen gesehen, die in der Geisterwelt erstellt und in der irdischen Welt umgesetzt wurden, aber wie wird das gemacht? Gibt es einen zentralen Planer, der das Ganze organisiert? Antwort Es gibt mehrere solidarische Geistergruppen und jede Gruppe hat einen Anführer. Der Oberbefehlshaber ist Jesus von Nazareth, der noch heute an der Entwicklung der irdischen Welt beteiligt ist. Unter Jesus findet so etwas wie ein Gipfeltreffen auf Erden statt. Wie Sie wissen, werde ich vorübergehend in die Oberwelt zurückkehren, um an dieser Sitzung teilzunehmen, um den Fortschritt des Plans bis dahin zu überprüfen und um die Solidarität zu kontrollieren. Es ist wie eine Ratssitzung. Es gibt einen Masterplan, einen umfassenden Masterplan und uns wurde eine Rolle zugedacht. Wir würden gerne auf einen Blick die leuchtenden Wesen sehen, die aufgrund ihres geistigen Status in der Lage sind, sich an irdischen Projekten zu beteiligen, aber leider ist das nicht möglich. Neben diesen Geistgruppen gibt es noch andere Geistgruppen, die sich mit anderen Lebensformen befassen, aber das, womit ich befasst bin, ist das Geschäft für die Menschheit auf der Erde. Aus unserer Sicht in der Geisterwelt ist Jesus die letzte Figur in der langen spirituellen Linie der Führer der irdischen Menschheit eine Figur, die eine spirituelle Macht manifestierte, die größer war als jedes Medium vor ihm. Das heißt aber nicht, dass wir beabsichtigen, die Person Jesu anzubeten. Wir sind nur stolz auf die Errungenschaften, die Jesus auf der Erde hinterlassen hat. Jesus existiert weiterhin in unserer Welt. Wir haben auch die Möglichkeit, direkt von Jesus ermutigt zu werden. Wir wissen, dass kein Geringerer als Jesus für dieses Großprojekt unter dem Namen Spiritualismus verantwortlich ist, von dem man sagen kann, dass es eine Erweiterung der von Jesus von Nazareth unternommenen Arbeit darstellt. Und wie damals Jesus stoßen wir auf feindselige Handlungen von Menschen mit der gleichen spirituellen Struktur. Aber da der Spiritualismus auf beweisbarer Psychologie basiert, wird er mit Sicherheit Erfolg haben, und er muss erfolgreich sein. Wir müssen Jesus Christus aus einer wahren Perspektive sehen. Das heißt, Jesus war auch ein Mensch, ein Werkzeug des Geistes und ein Diener Gottes. Auch sie können alles tun, was Jesus getan hat, oder sogar noch mehr. Wenn du denkst, dass du es schaffst. Dadurch werden sie die gleiche spirituelle Kraft an den Tag legen wie die vielen erleuchteten Wesen, die die Menschheit auf den Weg der Erleuchtung des Lichts der Wahrheit geführt haben. Im Gegensatz zu Steiner wird hier nicht getrennt von Jesus und Christus, dem Sonnengott, gesprochen, sondern es besteht kein Zweifel daran, dass die Existenz Christi im Mittelpunkt steht. Und über den Umfang dieser Aktivität wird auch Folgendes gesagt. Eine so großflächige Aktivität auf der Erde hat es noch nie gegeben. Wir haben lebendiges Wasser der Wahrheit für diejenigen, die aufrichtig suchen, vorbereitet, erstaunliche Phänomene erfüllt von Weisheit, und wir befinden uns in einer Situation, in der wir sie wissen lassen können, dass der Vorrat des Geistes unerschöpflich ist, dass er auf jede Anforderung reagieren kann und dass jeder, überall, kann davon profitieren. Diese Kommunikation ist organisiert, koordiniert, gut überwacht und diszipliniert. Es ist Teil eines großen Plans, und die Förderung dieses Plans erfolgt mit einem Nachdruck, der ihre Vorstellungskraft übersteigt. Die Organisation dahinter ist unglaublich groß und jedes Detail wird akribisch bedacht. Alles ist geplant. Nach einem solchen Plan wurde die Tür zur Geisterwelt geöffnet. Die Tür, die dieses Mal geöffnet wurde, wird nie wieder geschlossen werden. In den Mitteilungen von Grace Cook aus Weidigle wird von der Heilung des Ätherkörpers durch Christus auch wie folgt gesprochen. Der Gott, der durch Jesus erschien, sagte Folgendes. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn ein Mensch Christus sucht den Geist des Sonnengottes, der das Leben dieser Welt ist, gibt es das Heilmittel für Krankheiten. Gott ist Leben. Es ist Lebenskraft. Es ist der Geist, der Leben gibt. Durch das Herz und die Seele des Menschen fließt Gott in den Ätherlab ein. Der Ätherkörper wird manchmal als Medium des Lichts bezeichnet, da er der Durchgang ist, durch den die Lebenskraft in den Körper gelangt. Vernebeln Sie dieses Medium niemals mit weltlichen Gedanken. Da der Ätherkörper das spirituelle Gewand des Menschen ist, wenn die Menschen lernen, Menschen wirklich zu lieben. Der Ätherkörper wird zu einem Lichtmedium, das durch das Fleisch scheint und körperliches Leben und Gesundheit bringt. Jesus hat eine starke Verbindung zur Moderne. In gewissem Sinne bereitet er die Seelen der Menschheit auf den nächsten Ausfluss des Lichts Christi vor. Er ist der Anführer der Heilstrahlen. Daher gibt es neben der Arbeit der körperlichen Heilung auch die Arbeit der Seelenheilung. Er bringt Weisheit und Liebe in die Seelen der Menschen. Er engagiert sich in der Arbeit der Philosophie und Heilung. Und Kaizen Kuwahara, der japanische Übersetzer von The Path of Spiritual Evolution, fügt in seinem Nachwort den folgenden Kommentar hinzu. Waid-Igle ist ein indianischer Name, nicht wahr? Das ist richtig. Er hat als Inder und auch als Johannes, der Apostel Jesu, gelebt. Er ist ein uralter Geist, der viele vergangene Leben durchlebt hat. Waid-Igle-Spirit gehört zur Weißen Bruderschaft. Diese Gruppe gilt als eine Gruppe hoher Geister, die seit der Antike daran arbeiten, die Entwicklung der irdischen Menschheit zu leiten. Das Wort Christus taucht in der Kommunikation oft auf, doch hier geht es nicht um den menschlichen Jesus, der vor 2000 Jahren auf der Erde lebte, sondern um den göttlichen Geist. Für uns Erdlinge scheint es sich auf den vorherrschenden Gott eines Sonnensystems zu beziehen, das einem Universum entspricht. Der Adlergeist scheint zu sagen, dass dieser Sonnengott die Quelle der Menschen ist, das heißt, die Menschen sind die Kinder dieses göttlichen Geistes. Da die Quelle des Sonnengottes zum kosmischen Gott führt, kann streng genommen auch der Mensch als Kinder dieses kosmischen Gottes bezeichnet werden. Was laut dem Geist des Weißen Adlers als Antwort auf Jesus gesprochen wurde, ist dieser Sonnengott, der göttliche Geist Christi. Außerdem ist der göttliche Geist Christi nicht ausschließlich der Geist Jesu. Die dem Menschen innerwohnende Göttlichkeit, das heißt der unsterbliche Geist, ist der göttliche Geist Christi. Der Hauptzweck der Weltkommunikation des Weitigle Spirit besteht darin, dass jeder Mensch diesen innerwohnenden Christus, das heißt die Göttlichkeit, im Außen manifestiert. Diese Manifestation der Göttlichkeit wird spirituelle Evolution genannt. Weitigle war von der Antike bis zur Gegenwart aktiv, um diesen Weg der spirituellen Entwicklung zu vermitteln. Die Anerkennung von Weitigle vermittelt ein Gefühl der Nähe zu Steiners Anthroposophie. Als nächstes haben wir letztes Mal George Wale Owens Kommunikation zur Geisterwelt besprochen, aber es wird wie folgt über die Vorbereitung auf das Advent Christi in der Geisterwelt gesprochen. Ich möchte Sie wissen lassen, dass sich der beschriebene Ablauf über einen extrem langen Zeitraum erstreckt. Während dieser Zeit hatte jeder von uns seine eigenen Aufgaben zu erledigen. Sogar auf der Erde hat die breite Öffentlichkeit ihr eigenes tägliches Leben, während eine Reform im Gange ist. Wir waren gleich. Der Gedanke, der unser ganzes Leben dominiert egal, womit wir uns beschäftigten, wir verließen nie unser Herz war die Ankunft Christi und die Vorbereitung auf die höhere Ebene dafür. Egal wohin wir gingen, wir konnten das sehen. Im Moment möchte ich über die Ankunft Christi selbst sprechen. Diejenigen von uns, die als Mitglieder der Streitkräfte Christi ausgewählt wurden, versammelten sich in der malerischen Gegend, wo der Turm des betreffenden Engels hochragt. Während dieser Zeit wird das Erscheinen mehrerer hochrangiger Engelwesen beschrieben. Nun sprach der Engel wie folgt. Dieses Mal haben wir sie aufgefordert, eine Botschaft über unseren Herrn Christus zu überbringen, der sich jetzt diesem Reich nähert, um die Bedeutung seiner Ankunft und seines Übergangs zu verstehen und sich darauf vorzubereiten. Lass dir den Segen nicht entgehen. Sie haben den Herrn bisher schon mehrere Male gesehen, aber ich möchte, dass Sie zunächst wissen, dass sein Aussehen dieses Mal völlig anders ist als zuvor. Bisher hat er begrenzte Aspekte entsprechend begrenzter Bedürfnisse und begrenzter Zwecke manifestiert. Aber dieses Mal, wenn auch nicht immer, wird er mit einer königlichen Autorität erscheinen, die das Bisherige bei weitem übertrifft. Bisher ist er nur zu begrenzten Zwecken herabgestiegen. Dieses Mal kommt er, um den Beschluss des großen Gottesvaters für ein Großprojekt zu verwirklichen. Das ist ein außergewöhnliches Großprojekt. Die Erde braucht jetzt dringend ihre Hilfe. Deshalb sollte jeder von euch, wenn der Herr stirbt, ihn bitten, ihm das zu gewähren, was euch jetzt am meisten fehlt. So wird in George Wale Owens Geisterwelt-Mitteilung auch davon gesprochen, dass die Vorbereitung auf das zweite Kommen Christi über einen sehr langen Zeitraum hinweg sorgfältig vorbereitet wurde, was Steiners Anerkennung bestätigt. In Tales of the Spiritual World von Ones Aburo de Gucci wird die Existenz von Jesus und Christus auch als Name eines japanischen Gottes erwähnt. Und wenn man den Inhalt von Erzählungen aus der geistigen Welt mit Steiners Anthroposophie vergleicht, kann man zu einem äußerst wichtigen Verständnis gelangen, einschließlich des Geheimnisses des feigen Evangeliums von Jesus Christus. Hierzu ist jedoch eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Existenz Christi sowohl in den Märchen aus der geistigen Welt als auch in der Anthroposophie notwendig. Es ist möglich, die Erklärung wegzulassen und nur die Schlussfolgerung zu schreiben, aber da die Möglichkeit besteht, Zweifel und Missverständnisse hervorzurufen, hoffe ich, es bei einer anderen Gelegenheit noch einmal zu überdenken. Ich glaube jedoch, dass Sie diese Zusammenfassung einigermaßen verstehen können, wenn Sie sich die Folgen 22 und 23 ansehen. Abschließend haben wir in der 15. Folge anhand mehrerer Mitteilungen aus der geistigen Welt untersucht, dass die Ausbreitung des Spiritualismus, der die hochgradige geistige Erkenntnis vermittelte, die im frühen 20. Jahrhundert nacheinander auftrat, Teil eines kosmischen Großprojekts, die Wiederkunft Christi in der ätherischen Welt, war. Ab der nächsten Folge werden wir schließlich die Prophezeiung, die Zeichen des Kommens des Menschensohns, im Neuen Testament und die Ereignisse von Omoto, die den Miniatur der Welt in sich trugen, eingehend untersuchen. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende zugeschaut haben. Wir freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung.